Dynama Dresden 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 kam nicht mehr wirklich gut nach vorne zur Entfaltung und hinten taten sich einige Abstimmungsprobleme auf Alexander Tetei in der 70. Minute mit dem 2 zu 1 die Partie gedreht und Dynamo Dresden versuchte es zumindest noch das 2 zu 2 rauszuholen am Ende Vlachodimos zu Yannick Stark, schöner Pass noch ein letztes Mal ein Abschluss von Will der aber daneben geht so blieb es bei dieser 1 zu 2 Niederlage aus Dresdensicht es gab aber durchaus einige positive Ansätze SOM hat getroffen und darauf kann man dann sicherlich in Zukunft aufbauen der 1. FC Magdeburg testet gegen den FC Erzgebirge Aue und die Erzgebirger die hatten hier einiges vor und das konnten sie in der 7. Minute nach einem Freistoß auch gut auf die Anzeigentafel bringen Dimitri Nazarov mit Gewalt aber es gab in der 18. Minute auf der anderen Seite einen berechtigten Strafstoß den ließ sich Jürgen Jasula nicht nehmen und den versenkte er ganz locker verlet da Martin Mendel im Tor von Aue aber der Zweitligist etwas besser drauf das ist Riese Weiner dran von Holstein Kiel gekommen zum 1. FCM aber hier gegen kann er nichts machen 35. Spielminute die erneute Führung für den Zweitligisten der zweite Durchgang von einer Standardsituation mal begleitet 64. Spielminute Jan Hochscheid legt sich den Ball zurecht bringt ihn auf den ersten Pfosten Kopfball von Ballas aber wirklich gefährlich wird es nicht Obermeier Neuzugang wehrt ihn ab Schlussphase von Magdeburg kam nichts mehr bei wirklich hitzigem Wetter stattdessen Busmann auch er kam neu dazu zum FC Herzgebirge Aue 91. Minute nochmal eine Möglichkeit die führte aber nicht zum 3 zu 1 Führungstreffer es blieb aber trotzdem bei einem Erfolg für den FC Herzgebirge Aue das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis aber auch Magdeburg muss sich hierfür nicht verstecken der Hamburger Sportverein testet gegen den VfB Stuttgart für den VfB als Erstligisten eine Aufgabe die man gerne bewältigen möchte auch vielleicht sollte aber der HSV trotz Schwierigkeiten hier auch gewillt nach vorne zu spielen aber der VfB Stuttgart machte es deutlich besser 25. Minute der Hammer die Al-Ghadoui mit dem Führungstreffer für die Schwaben das einzige Highlight im ersten Durchgang der HSV aber nach erfolglosen Testspielen jetzt vorne besser und zielstrebiger Sonny Kittel in der 60. Minute mit dem Ausgleich der VfB Stuttgart lässt Aaron Hunter viel zu viel Platz der Pass ist dann auch gut gespielt Sonny Kittel bleibt vor Kobel eiskalt noch 20 Minuten zu spielen Everton mal vorne mit dabei liegt zurück und da ist Jatta Spiel gedreht 71. Minute das 2 zu 1 für den Hamburger Sportverein und der VfB Stuttgart der konnte da mittlerweile überhaupt nicht mehr mit zufrieden sein so drücken so drücken die Roten noch einmal nach vorne Kalajdzic schlägt den Ball raus zu Wamangitukia schöner Ball aber die Davi misslingt der Abschluss so bleibt es beim 2 zu 1 das hier die letzte gefährliche Szene der ASV siegt also mal in einem Freundschaftsspiel kann sich darüber freuen sah heute deutlich besser aus und der VfB Stuttgart ja der hat noch Luft nach oben Hertha BSC hat in näherer Zukunft einiges vor im internationalen Bereich und so ist es dann auch durchaus sinnvoll gegen PSW Eindhoven zu testen die niederländische Mannschaft durchaus in den letzten Jahren europäisch immer mal wieder auffällig gewesen aber auffällig hier war zunächst nur die Hertha 28. Minute Maximilian Mittelstädt wieder im linken Mittelfeld aufgeboten mittlerweile starker Offensivdrang beim ursprünglich linken Verteidiger der Hertha hier läuft er schon wieder an 35. viel zu viel Platz Eindhoven macht es nicht gut schwach von Unasch den kennen wir doch noch legt auf für Dodi Lukebacchio der steht am 2. Pfosten dann zu frei und bringt den Ball per Kopf über die Linie die Hertha machte es richtig gut führte vollkommen verdient setzte Eindhoven weiter unter Druck Timo Baumgartel auch er dürfte dem ein oder anderen deutschen Fußballfan noch bekannt sein Matthäus Cunha mit der Hacke zu Lukebacchio stark weitergeleitet zu Christoph Piontek 59. Minute das war ein äußerst überzeugender Auftritt der Elf von Bruno Labbadia und PSV Eindhoven konnte einem hier überhaupt nicht gefallen 20 Minuten vor dem Ende vielleicht dann mal zumindest der Ehrentreffer Hertha 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 bekommt diesmal nicht gut geklärt Szene noch heiß und Schwolo der sich da reinschmeißt blieb aber heute ohne Gegentor damit gewinnt die Hertha das Spiel gewinnt mit 3 zu 0 und damit auch in der Höhe vollkommen verdient Borussia Mönchengladbach testet gegen Gräuter Fürth 300 Zuschauer zu diesem Spiel zugelassen und diesen Fans wollte die Fohlenelf einiges anbieten und sie konnten es tun Neuhaus schönes Kurzballspiel Wolf mit der Hacke zu Stindl sehenswert gespielt 1 zu 0 in der 8. Minute für Borussia Mönchengladbach Gräuter Fürth war etwas überfordert in dieser Szene allgemein die erste Hälfte von den Franken nicht so überzeugend Lazaro Neuzugang auch über die rechte Seite die Flanke etwas zu weit aber Wolf rettet es Florian Neuhaus kommt aus dem Hintergrund 15. Minute 2 zu 0 für Gladbach damit konnte Marco Rose richtig zufrieden sein das war ein toller Auftritt mit seiner Mannschaft die nicht so wirkte als wäre das hier ein einfaches Testspiel geht ja bald auch mit dem DFB-Pokal dann los es wurde noch bitterer für Gräuter Fürth 29. Minute Lars Stindl am 2. Pfosten mit dem Doppelpack am besten sollte man den eigentlich nicht so freistehen lassen das Spiel war entschieden Gräuter Fürth konnte sich nicht mehr groß aufbäumen sie fokussierten sich darauf die Defensive zu stabilisieren das klappte trotzdem Gladbach dann noch mit der einen oder anderen Möglichkeit 74. Minute hier Burkhardt aber mit der Parade kann sich dann immerhin einmal auszeichnen doch auch die letzte Chance sollte Gladbach gehören Stindl wird hier aber der Dreierpack verwehrt von Sascha Burkhardt in der 81. Spielminute somit blieb es beim hochverdienten 3 zu 0 Gräuter Fürth insbesondere im ersten Durchgang defensiv teilweise fragwürdig was sie ablieferten Gladbach machte es nach vorn richtig gut im zweiten Durchgang nahmen sie dann einige Gänge zurück Borussia Dortmund testete gegen den VfL Bochum also durchaus ein regional interessantes Duell was dann auf dem BVB Trainingsgelände auch ausgeführt wurde über eine Viertelstunde gespielt der BVB war dominant aber bis dato wenige Aktionen im gegnerischen 16er jetzt war es mal Axel Witzel aus der zweiten Reihe schöner Abschluss dann aber auch gut von Manuel Riemann pariert aber schwarz-gelb war spielbestimmend der VfL Bochum konzentrierte sich zunächst auf die Defensive und ließ nicht wirklich viel zu und wenn dann war es beim BVB Axel Witzel der an Manuel Riemann scheiterte und fast ein wenig verzweifelte das war eine richtig starke Parade hier vom Bochumer Schlussmann und kurz vor dem Pausenfiff kam der VfL Bochum dann nach vorne drei Minuten Nachspielzeit aufgrund einer Trinkpause bei wirklich heißen Temperaturen Tarsis Bonga über die rechte Seite von Chemnitz gekommen flacher Pass und daher Unstimmigkeit die führt zum 1-0 für den VfL Bochum Robert Tesche lässt sich feiern nichts tun recht schöne Brust der Name und dann Attacke der zweite Durchgang aber vom BVB wieder dominant geführt man ließ sich von diesem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen Torgan Hazard eine einfache Körperdrehung verschafft ihm so viel Platz dass er zum Ausgleich einschießen kann da sieht Maxim Leitsch nicht gut aus Gretsch dann reinkommt aber zu spät nächster Fehler von Leitsch Julian Brandt mit der Hacke elegant zu Rafael Guerreiro Spiel gedreht 2 zu 1 für Borussia Dortmund der VfL Bochum konnte im zweiten Durchgang dann lange nicht mehr so gut mithalten wie noch im ersten wenn gleich auch dort Dortmund schon besser war dort verpassten sie es aber eben ihre Möglichkeiten zu verwandeln letzte Möglichkeit Freistoß Robert Tesche Gamboa der rechte Verteidiger mit dem Kopfball der alles in allem aber zu harmlos war deutlich über den Kasten hinweg geht somit blieb es beim 2 zu 1 Bäume hat der BVB damit nicht ausgerissen aber sie haben gewonnen das ist erstmal das grundlegende Ziel gewesen und der VfL Bochum kann auf dieser Leistung sicherlich auch aufbauen Fortuna Düsseldorf testete gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim für die Fortuna lief es gut in der Anfangsphase knappe 5 Minuten von der Uhr Marcel Sobotka leitet das Ganze an Ioa zu Gül der erste Abschluss gehörte dann der Fortuna landet allerdings im Nirgendwo 20. Minute dann gab es einen Strafstoß die Möglichkeit für Kenan Karamann hier auf Führung zu stellen und er ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen 20. Minute 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf der verdiente Führungstreffer zu diesem Zeitpunkt hier in Arnheim was war mit dem Gastgeber los der brauchte über eine Stunde um wirklich gefährlich zu werden dann wurde er aber richtig gefährlich Delaveris Philipp Möller Delaveris mit dem 1 zu 1 Ausgleichstreffer Kastmaier sieht nicht wirklich gut aus ist noch dran mit der Fußspitze bekommt den Ball aber nicht mehr raus und die Niederländer wurden im zweiten Durchgang dann doch stark überrepräsentiert auffällig im gegnerischen 16er Kastmaier macht hier seinen Fehler wieder Wett vom Ausgleichstreffer gegen Richard Lee Basso Reißer die Hände hoch klärt zum Eckball aus dem resultierte nicht es kamen keine Torchancen mehr zustande so endet diese Partie hier mit 1 zu 1 das ist für Fortuna Düsseldorf sicherlich im Endeffekt noch etwas zufriedenstellender jo das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da würde mich auf jeden Fall freuen ansonsten vielen Dank fürs reinschalten bis zum nächsten Mal und adios bis zum bis zum